hallo willkommen zurück ja skelle bros katakomben ich habe mich mal wegen diesem bieter ja wegen diesem finstergeist informiert und eigentlich ist das eine ganz smarte beziehungsweise schlaue idea und zwar ja ja also man muss damit köpfchen ran das ist so mein erster gegner überhaupt bei dem ich mein köpfchen benutzen was ich damit meine rollt einerseits ein an uns gerade vorüber und andererseits zeige ich euch darauf hätte ich eigentlich kommen soll aber auch wo kommst du denn her das wäre gewesen ich hab da viel zu da habe ich mich doch glatt da guckt okay ich bring mich parallel Ich glaube aber, ich habe die Idee verstanden. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das ist einfach so okay. Oh, du kleiner. Ach, Mann. Ich sollte auch so. Der ist viel zu jumpy. Oh, oh. Oh, oh. Was war das gerade bei mir von mir? Ich bin tot. Wow. Ja. Dark Souls 3. Das Spiel, wo ich mich am meisten selber umbringe. Hey, Skubidoo. Ja, bei Skubidoo. Ey, Pippie, Pippie, Pippie. Helë blederla. Ja, also der Junge. Ja, also der Junge. Oh, dankeschön. Dankeschön. Ach ja. Juh. Noch jemand? Da war noch genau. Oh wow. Das war eigentlich ein Mist, aber hey. Nice. Oh wow. Da neben. Überschossen. Hier. Hey. Visierung. Mann, Mann, Mann. Oh, dankeschön. Hey, nice. Also. Ja, folgendes. Nein. Yes. Okay. 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 Hallo? Junge mach mich nicht nervös. Da rein möchte ich noch nicht. Du bleibst bitte. Hallo? Hallo? Oh, das ist der Zoo. Oh. 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 Ach man. Okay. Es war eine Falle. Rennen. 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 Hoffentlich klappt das. Nein. Oh. Yes. Yes. Du bist zwar stark, aber ich bin intelligent. beim zweiten Mal natürlich. Nein. Ah, krass daneben. Au. Nein. Nein. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Boah. Ich mag dieses Minispiel. Au. Och du Heilige. Nein, nein, nein Oh, Mann Oh Ich hatte ihn doch fast Menno Oh 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 Der Moment, wenn eine Kugel dein größter Verbündeter ist In diesem Kampf Wow, hab ich gerade in der Ratte geprüftet So Ob ich den da wieder Kalt machen Hallo Oh 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 Glöckchen läuten 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 Ich hab doch gerade oben rechts gespeichert, ich hab's gesehen. Überschlechter Zorik heißt der. Och Mann, das ist doch nicht die Möglichkeit. Der mich jetzt wieder kalt macht, jetzt schon, ne? Oh. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab dazugelernt. Aha, das geht. Mann. Aha. Ja, nicht übermütig werden. Ich bist so tot. Wie du gewahrläuft. Oh, oh. Nein. Was hab ich gesagt? Nicht übermütig werden. Nein. Nein, 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 nein. Stick to the plan, boy. Lass die Kugel ihn machen. Ja. Ja. Ungefähr so. Hurra. Wegen des Rutter steckt das. Oh. Danke schon. 82.000. Mama mia. Ja. Ja, so macht man das. Äh. Ding des Dritter Schlechters. Da. Feinde verlieren eine Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Oh. Die Kugel. Oh. Gut. Und. Let's clap. Oh hey, nice. Ja, das wird der Typ. Was denn Glauben habe ich? Glaube... Ah, 13. Einen brauche ich noch. Folgendes, ich gehe noch mal runter hin und schaue mir mal an, was da war hinter dem Gitter. Wo ich nachdem dachte, oha, Boss... äh, Bossruhe, genau. Bossraum, aber nein. Gitter geschlossen. Was ist dahinter? Eine Brücke? Ah, ja, alles klar. Eine Höhle, okay. Sollte ich erst mal... Ich glaube, ja, ich sollte erst mal den Glauben erhöhen und dann gehe ich weiter, weil 20.000, das ist schon eine Menge. So. Ich kann ganz schnell noch mal hoch. Hoch, sage ich genau. Hoch in den Feuerbandschein. Ab nach oben! Und fliegende Häuser begutachten mit Luftballons. Hm, hallo, ich sehe jemand Neues. Ich habe einen Finstergeist getötet. Was hast du zu sagen, Mr. Rrrr? So. Jetzt investiert und wenn ihr überflüssig seid. Was, 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 was. Obwohl ich mir so lieb embe 치� contratet, und wenn ihr überflüssig seid, kommt! 프chreibt euch Rosario von der Kathedrale des Abkunfts. Da bin ich doch gerade! Oh! Willkommen zurück, Hushen-One. Sehr gut, dann Tuck Hagen. Meine Frau? Oh, glaube ich. Freude, schöner Götterfunkentochter aus Elysium. Oh, gut, Hushen-One. Ich meinte... Äh... Ah! So. Bruder, was kannst du? Nein. Oh! Oh! Nicht übel! Nicht schlecht, Herr Specht! Kann ich das doppeln? Oh! Wait a second. Yo! Wie lange hält das an? Waffenforschung! Yeah! Das muss reichen. Wenn ich heile... Wie viel heile ich? Oh! Gutes Stück! Und so hier? Ein bisschen. So ungefähr die Hälfte. Ist ja nice. Warte mal, warte mal. Wie viel... Was brauchst du? 13 FP kosten. Nein. Wie viel verbrauchst du? Keine Ahnung. Äh... Äh... 27. Oh! Halbe, 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 halbe. Okay. Und Regeneration. Das ist ja cool. Das ist ja mal voll cool. Das ist ja mal voll cool. Okay. Äh... Da. Ach nee, warte mal. Das ist nicht die Katakombe von Carthus. Entschuldigung. Äh... Ach, keiner hat einen Ottos. Dieser. Ok. Danken. Ew. Jetzt muss ich ein Gehen vorbei. Ach du kleiner Stricherdum. Ja komm, du triffst, ich triff nicht natürlich. Wauw! Nein! Lali lo li li la la. Nice. Voll cool. Was? Ah, ich muss das Ding ausgerüstet halten. Oh. Alles klar. Gut zu wissen. Ah, so geht auch. Okay. Okay, ich warte noch ganz kurz. Das wird ja mal voll cool jetzt mit der Glocke. Es ist doppelt so gut geworden. Nicht sogar dreifach. Und? Und? Jawohl. Jawohl. Nein, 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 nein. Wer ist feuriger Edelstein? Da ist die erste Sch... Oh, kommst du denn her? Da ist die erste Schrift seit langem mal wieder. Ich gucke den mal her. Nein, 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 nein. Okay, boomer. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Ja, Blutverlust. Schön. Ich stecke fest, Junge. What? Ich stecke wirklich fest. Okay, ich dachte schon. Uiuiuiui. Ja. Das kann jetzt eine Weile dauern. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich spule mal vor. Okay? Okay. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Ich musste nur dreimal warten. Vermutlich 30 Sekunden oder so. Also, ich meine, pro Zauber. Wow. Okay. Und ja, also insgesamt vielleicht eine Minute, eine halbe, also eineinhalb Minuten. Die Hängebrücke droht einzustürzen. Okay. Gelbes Käferkückelchen. Dankeschön. Wow. Okay. Okay. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Ah, ja. Oh, Mensch. 1, 2, 3, 4. Jo, wie viele liegen da? Jo. Na? Wer ist der Erste? Die. Okay, ihr seid die erst. Alles klar. Oh, ich hab wieder... Ihr bleibt liegen, ne? Okay. Ich hab wieder... Ist hier genug Seelen? Für ne Sache. 1, 2, 3... Alter, wie viele liegen hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Jo, sind das 15? Jo. Oh, ich sehe dann das namenlose Soldaten. Okay. Was ist das Käferkückelchen? Okay. Das ist doch ne Falle, oder? Die Brücke droht einzustutzen. Ja, wenn die ganze Menge da drauf brennt, ich glaube, ja. Jo, warte mal. Äh... Für die Claymore, was brauche ich? Die kann ich sogar verwenden. Hm... Das macht mich viel schwerer. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh Gott, wie viele sind das denn? Ach, du heilige. Äh, da kommen wir... Au. Nein. Bleiben. Okay. Ich dachte, ich konnte die nehmen. Ach, Mann. Ich will die aber alle. Mann. So ne Art Challenge. Damn it. Ich sollte einen Heilzauber bewirken. Ach, nee. Kann nicht, kann nicht. Ich muss die Glocke in der Hand halten. Äh... Mann. Das ist jetzt... Aber... Greift die Ratte an, Junge. Doch nicht... Ey, komm. Mann, 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 Mann. Läuft schief, was schief laufen kann. Was? Wie? So, da sind wir wieder. Äh, die Glocke hat ihren Job gemacht. Sehr gut. Ach, das ist ein Schuss! Ach, das Schuss! Das ist... Oh! So, da haben wir... Ich verstehe. So, da sind wir... Oh! So, da sind wir... Was ist das? schneller. Kling zweimal hintereinander. Danke. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Kann ich den Typen eigentlich runterschussen? Hm. Fernseherpark. Das Schild. Da haben wir ein Waffenschild. Brauche ich den eigentlich noch? Meine Feuerschaden macht ja wohl keiner mehr. Oder? Wie bin ich hier? Der macht mich leichter. Der macht mich noch schwerer. Nein. Der ist genauso schwer. Komm, ich kehre zurück zum Ritterschild. Ich bin vollständig geheilt. Sehr gut. Nein. Yes. Oh. Oh. Stimmt ja, die Seelen. Sind wir jetzt da vorne? Hm. Folgendes. Klamo, Baby Alter, das Großschwert Das Alter Hab ich noch ein großes Schwert? Ultra-Großschwert ist das sogar Groß-Krumm-Schwert Axt Groß-Axt Großhammer Gibt es noch ein Ultra-Groß-Sperr eigentlich? Ja, ich patrole jetzt, oder? Oh Eins, zwei, drei Ach komm, Geronimo Jetzt, Skopidu Hab ich dir wie du Oh Okay, dann Ich wusste es Ach ja 11 Puh Na, so weit, so gut Nein, 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 nein Ach Mann Aber es hat funktioniert, ne? Es hat funktioniert, möchte ich sagen Es hat funktioniert Okay, Challenge-Time Komm Äh, die machen wir jetzt alle platt Challenge-Time Wie viel mehr Schaden macht das Ding? Äh, die machen wir jetzt Ich finde mal so eine Frage. Eins, zwei, drei, vier. Okay. So. Eins, zwei, drei, vier. Oh, das ist ja. Ah! Ich hätte noch diesen einen Schild, den da, diesen Kastrappenschild. Genau, der regeneriert ja auch Ausdauer, oder? Setzt leichte magische Kräfte und bestörnigt die Ausdauerregeneration. Genau. Bomben, Bomben bräuchte ich vielleicht auch noch. Wie viele Bomben habe ich? Du hast nicht mehr raus, meine Bomben. Wie sieht das denn hier mit? Ich habe nichts durchgekommen. Okay. Ah, cool. Wie viel Schaden machen die genau? Keine Ahnung. Alles klar. Ah, ich bin geheilt. Sehr gut. Okay. Haha, weißt du so. Ich bin doch gesagt. Oh, oh. Nein, nein, du bist nicht. Au. Voll in den Oberarm. So. Noch ein bisschen am Klüffen. Ja. Nice. So, hierzu würde ich jetzt gerne diesen Schild nehmen. Oh, so, da ist das auch noch viel leichter, oder? Ne, das kann ich noch beschweren. Okay. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wow. Nein. Äh, noch was. Genau. Nein, nicht ruhig. Letzter war. Oh. Oh. Nein. Petrolling. Nein. Ach, nein. Die Bomben waren schon gut. Die Bomben waren schon gut. Hm. Was habe ich eigentlich für Verbesserungs- Items? Nicht hier. Hier. Ich mach das. Okay. 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 Aha. 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 Hm. Was hilft gegen Skelette? Außer Schaden natürlich. Was ist seine Fähigkeit? Halt ihn, ach so. Wirbelhieb. Wirbelhieb. Hm, nee. Was macht guten Schaden? Oh. Ah, nee. Hier macht guten Schaden. 124 plus 124 plus 22 sind nur 146. 146. 100. Äh, 90 und 90 sind 180. Äh, 192. Äh, 192. Oh. Sollte ich mal die Waffe probieren, vielleicht. Habe ich gemacht. Oh, geht das? Warte. Ach. Ach. Okay. Nein, das ist nicht, was ich wollte. Gut, dass das geht. Ich wollte ihn schüllen. Das schüttt genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Okay. Hm. Nein, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Hm. Ah, okay. So wie ist die kleine Rappel. Ah, der habe ich schon. Okay. Okay. Was sind die Fähigkeiten der Axt? Okay. 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 Ich glaube auch mal. Ah ja, da sind die Zähne. Sehr schön. Oh! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, okay. Im Ernst, patrolling? Nein. Das war nur zuvor. Oh, gut. Danny. Ah. Was? Der kann das auch? Oh. Oh. Okay, Skelette sind doch gefährlicher als ich dachte. Konnten das die aller 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 ersten auch, die ich gesehen habe, denen ich begegnet bin? Nein. Hmm... 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 Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Da kann man auf den Boden. Man kann da auf den Boden. Okay, es sind etwa zu viele. Muss ich echt die Brücke kaputt machen? Okay, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, bis denn.